Polizeiberichte Berlin 11. Dezember 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Jugendliche bei Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nummer 2354 Bei einem Verkehrsunfall in Langwitz wurde gestern Abend eine Jugendliche tödlich, ihre Begleiterin schwer verletzt. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war ein Bus der Linie M82 gegen 18.45 Uhr in der Leonorenstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Calandrelli-Straße verließ der Doppeldecker eine Haltestelle und fuhr die beiden Teenager an, als sie mutmaßlich bei für Fußgänger rotem Ampellicht die Fahrbahn überquert haben sollen. Dabei gerieten die zwei Mädchen unter den Linienbus. Sie mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Trotz des Einsatzes von Notärzten kam für eine 15-Jährige jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Ihre ein Jahr jüngere Begleiterin erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Dem Vernehmen nach soll jedoch bei ihr keine Lebensgefahr bestehen. Der 62-jährige Busfahrer stand unter Schock und musste medizinisch versorgt werden. Zahlreiche Zeugen, darunter auch mehrere Jugendliche und Kinder, standen unter dem Eindruck des Geschehens. Auch sie wurden von zum Ort alarmierten Seelsorgern betreut. Während der Unfallaufnahme, zu der auch ein Gutachter, Vermessungstechnik des Landeskriminalamtes und ein Staatsanwalt hinzugezogen wurden, war die Leonorenstraße zwischen Siemens und Kaiser-Wilhelm-Straße bis etwa 23 Uhr vollständig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, übernommen. Bericht Nach intensiven Ermittlungen der 4. Mordkommission und der Zielfahndung des Landeskriminalamtes konnte der Tatverdächtige am Freitag in der Wohnung eines Bekannten in Spandau festgenommen werden. Dem 71-Jährigen wurde noch am selben Abend von einem Richter der bereits erlassene Haftbefehl verkündet. Der Mann befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Polizeimeldung Nummer 2340 vom 8. Dezember 2022, Versuchtes Tötungsdelikt und Nummer 8211, Zeugen gesucht. Am 5. Dezember 2022, gegen 16.50 Uhr, erlitt eine Frau in Schöneberg durch einen Schuss schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen kam die Frau zusammen mit einer Bekannten aus Richtung Wittenbergplatz gelaufen und wartete an einer Ampel an der Urania, als ein lauter Knall zu hören war. Die beiden Frauen drehten sich um und sahen einen Mann, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Die Frauen flüchteten über die Straße, wobei die Geschädigte hilfesuchend versuchte, Autofahrer anzuhalten. Auf der dortigen Mittelinsel brach die Verletzte schließlich zusammen. Der Täter ist bislang weiterhin flüchtig und sein Aufenthaltsort unbekannt. Die vierte Mordkommission hat daher folgende Fragen an die Bevölkerung. Wer hat im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht? Wer hat mitbekommen, wie eine Frau versuchte, Autofahrer auf der Straße an der Urania anzuhalten? Wer konnte den Tatverdächtigen bei der Flucht beobachten? Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der vierten Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Kiesstraße 30, in 10787 Berlin Tiergarten, unter der Telefonnummer 030-4664-911444 oder per E-Mail an lka114-hinweis-at-polizei.berlin.de in Verbindung zu setzen. Erstmeldung Nummer 2324 vom 6. Dezember 2022, Frau niedergeschossen Gestern Nachmittag wurde eine Frau in Schöneberg durch einen Schuss schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wurde die 45-Jährige gegen 16.50 Uhr auf dem Gehweg der Straße an der Urania von ihrem 71-jährigen Ex-Partner niedergeschossen. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend vom Ort. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie operiert und stationär aufgenommen wurde. Ihr Gesundheitszustand wird als stabil bezeichnet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem mutmaßlichen Schützen dauern an und wurden von der 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Frau niedergeschossen, Flüchtiger-Tatverdächtiger festgenommen. Tempelhof Schöneberg-Spandau Nummer 2355 Nach intensiven Ermittlungen der 4. Mordkommission und der Zielfahndung des Landeskriminalamtes konnte der Tatverdächtige am Freitag in der Wohnung eines Bekannten in Spandau festgenommen werden. Dem 71-Jährigen wurde noch am selben Abend von einem Richter der bereits erlassene Haftbefehl verkündet. Der Mann befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Polizeimeldung Nummer 2340 vom 8. Dezember 2022, Versuchtes Tötungsdelikt und Nummer 8211, Zeugen gesucht Am 5. Dezember 2022, gegen 16.50 Uhr, erlitt eine Frau in Schöneberg durch einen Schuss schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen kam die Frau zusammen mit einer Bekannten aus Richtung Wittenbergplatz gelaufen und wartete an einer Ampel an der Urania, als ein lauter Knall zu hören war. Die beiden Frauen drehten sich um und sahen einen Mann, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Die Frauen flüchteten über die Straße, wobei die geschädigte Hilfesuchend versuchte, Autofahrer anzuhalten. Auf der dortigen Mittelinsel brach die Verletzte schließlich zusammen. Der Täter ist bislang weiterhin flüchtig und sein Aufenthaltsort unbekannt. Die vierte Mordkommission hat daher folgende Fragen an die Bevölkerung. Wer hat im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht? Wer hat mitbekommen, wie eine Frau versuchte, Autofahrer auf der Straße an der Urania anzuhalten? Wer konnte den Tatverdächtigen bei der Flucht beobachten? Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der vierten Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Kiesstraße 30, in 10787 Berlin Tiergarten, unter der Telefonnummer 030-4664-911444 oder per E-Mail an lka114-hinweis-at-polizei.berlin.de in Verbindung zu setzen. Erstmeldung Nummer 2324 vom 6. Dezember 2022, Frau niedergeschossen. Gestern Nachmittag wurde eine Frau in Schöneberg durch einen Schuss schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wurde die 45-Jährige gegen 16.50 Uhr auf dem Gehweg der Straße an der Urania von ihrem 71-jährigen Ex-Partner niedergeschossen. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend vom Ort. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie operiert und stationär aufgenommen wurde. Ihr Gesundheitszustand wird als stabil bezeichnet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem mutmaßlichen Schützen dauern an und wurden von der vierten Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Parteizentrale beschmiert. Nummer 2356. Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Sachbeschädigung nach Mitte alarmiert. Nach ersten Informationen hat ein Mitarbeiter des zentralen Objektschutzes gegen 20 Uhr am Platz vor dem neuen Tor eine Farbschmiererei von rund 270 cm Breite und 60 cm Höhe an einer Parteizentrale festgestellt. Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, bei Flucht gesprungen, verletzt und festgenommen. Nummer 2357. Bei ihrer Flucht sprangen zwei mutmaßliche Einbrecher in Friedenau aus einem Fenster und verletzten sich dabei. Die beiden 23 und 38 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, heute früh gegen 4.10 Uhr versucht zu haben, in einem Wohnhaus in der Lauterstraße eine Wohnungstür in der zweiten Etage aufzuhebeln. Dies bemerkte jedoch ein Anwohner, der sogleich die Polizei alarmierte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, öffneten die Verdächtigen ein Fenster im ersten Obergeschoss des Treppenhauses und sprangen in die Tiefe. Dabei zogen sich beide Männer Verletzungen an den Sprunggelenken zu. Das Duo kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 4, Süd, überstellt, welche die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchs übernommen hat. Bericht, Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt. Nummer 2358. Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedenau alarmiert. Nach ersten Informationen soll eine 63-jährige Autofahrerin gegen 12.20 Uhr die Mainauer Straße in Richtung Südwestkorso befahren haben, als ein neunjähriger Junge auf die Fahrbahn lief. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an, wobei der Wagen den linken Fuß des Jungen überrollte. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd. Bericht, unfriedliche Ansammlungen nach Fußballspiel kleiner als Adiverse, wie Minus Flex Autoteaser unter Strich List Item Minus Größe als Charlottenburg-Wilmersdorf-Neukölln. Nummer 2359. Zu unfriedlichen Aktionen kam es gestern Abend in Charlottenburg und Neukölln. Ab 18 Uhr sammelten sich in der City West rund um den Hardenberg und Breitscheidplatz etwa 250 Fahrzeuge, um den Ausgang eines Fußballspieles zu feiern. Einsatzkräfte verhinderten, dass sich ein Autokorso bilden konnte. Rund 80 Personen kamen anschließend auf dem Breitscheidplatz zusammen. Gegen 19.30 Uhr betraten bis zu 200 Personen die Fahrbahn an der Kreuzung Joachimsthaler Straße Eckekantstraße, was zu einer Behinderung des Fahrzeugverkehrs führte. Die Menge zog dann weiter zum Hardenbergplatz, wurde aggressiv und bewarf die sie begleitenden Einsatzkräfte mit Pyrotechnik. Dabei wurde ein Beamter getroffen und verletzt. In der Budapester Straße wurde ein 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Im Zuge dessen nahm die Aggressivität zu, sodass sich die Einsatzkräfte kurzzeitig mit dem Festgenommenen in ein Gebäude zurückzogen und sie auch unbeteiligte Passantinnen und Passanten schützten. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte die Situation kurz darauf beruhigt werden. Gegen 20.15 Uhr löste sich die Menge aufgrund der polizeilichen Maßnahmen wieder auf. Bei der Festnahme verletzten sich zwei Einsatzkräfte, die ambulant versorgt wurden und anschließend ihren Dienst beendeten. Der 15-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihn seine Mama abholen durfte. Kurz nach 18 Uhr wurde dem Notruf eine Ansammlung von mehreren hundert Menschen in der Sonnenallee gemeldet. Hier stellten die alarmierten Einsatzkräfte zunächst bis zu 300 Personen fest, die auf die Fahrbahn gelaufen und auf Bäume sowie auf geparkte Autos geklettert waren, die dabei zum Teil beschädigt wurden. Die Personen schwenkten Fahnen und zündeten Pyrotechnik. Die Einsatzkräfte stoppten daraufhin den Fahrzeugverkehr und sperrten die Sonnenallee zwischen Pannier und Weichselstraße, wovon auch die Buslinie M41 betroffen war. Im weiteren Verlauf wuchs die Menge auf rund 600 Personen an. Als weitere Einsatzkräfte eintrafen, verließen die Menschen die Fahrbahn und entfernten sich, sodass die Straße gegen 19 Uhr 45 für den Verkehr wieder freigegeben wurde. Bei den Maßnahmen wurde eine Dienstkraft durch Pyrotechnik leicht am Kopf verletzt, konnte aber im Dienst bleiben. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen eingeleitet. Bericht, Mann angegriffen und verletzt. Nummer 2360. Unbekannte griffen heute früh einen Mann in Mitte an und verletzten ihn schwer. Nach bisherigem Kenntnisstand sah ein Zeuge, dass 10 bis 15 Männer gegen 4 Uhr einem Mann auf einem Parkplatz in der Theanoltebäne-Straße hinterher rannten, ihn einholten, zu Boden brachten und alle auf ihn einschlugen und traten. Mindestens einer der Personen soll auch ein Messer in der Hand gehabt haben. Als der Zeuge helfen wollte, entfernten sich die Angreifer in Richtung Alexanderplatz. Der 21-Jährige blieb schwer verletzt zurück und wurde von zum Ort gerufenen Polizeieinsatzkräften erst versorgt. Rettungskräfte übernahmen den Mann kurze Zeit später und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er aufgenommen und anschließend notoperiert werden musste. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 5, City, übernommen.